Musik Eine beachtliche Leistung Sind zwei Monate mitten im Verzug Wenn ich das Geld nicht bis Ende der Woche habe Dann fielen sie nach Stille Alarm ausgelöst Meiner Schaff an der Kaltpum-Tankstelle Hauptstraße 31 Wir sind auf dem Weg Pack die Kohle hier rein, komm Nicht schießen Verdammt nochmal, lass die Waffe fallen Du hast gerade mein Leben zerstört Ich habe niemanden umgebracht Mein Bestes hat nie jemand bemerkt Verdammt, du bist erwachsen Du könntest viel mehr aus dir machen Du hast schon wieder Papas Geburtstag vergessen Hier wurde das ausgebrannte Auto gefunden Du machst keine Fehler, du bist einfach perfekt Hier decken sich die Zeugenaussagen Du bist einfach so ein Verlierer Jetzt komm Ich kann da nicht raus, ich bin in die Knast, Mann Ich hab mich hier rettet, du Arsch Von Norbert sind bloß geschossen Ich bin in die Knast, Mann ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk